krass eventuell das ist ein menschlicher knochen willst du dich wirklich mit mir anlegen ich habe menschliche knochen dabei ich bin totaler psycho hey du hast noch nicht gefangen ja ich habe es nicht geschafft aber du bist gerade von meinem witz weggelaufen warum du hast mich in der fackel gehauen ich habe dir eine gefackelt ja nicht schlecht ist okay kann man machen und warum hast du denn jetzt nicht gefangen hatte dein team ko geschlagen oder hast du keine bälle mehr oder was ich musste den kampf beenden weil es sich wieder aufgehängt hat ach so aber dann habe ich dir jetzt voll weggeklamt tut mir leid ne alles gut sicher ja ja okay okay dann gehört es mir jetzt eigentlich auch nur fangen um die dann nachher wenn wir beenden so zu zeigen so guck mal was ich heute gefangen habe und bämm nokchan ja das wäre cool gekommen wenn es nicht mir gehören würde war ich glaube mir reicht es für heute empfangen ich gehe mal zurück in die basis und gucke dass ich anfange unsere neue arena zu bauen ich habe das gefühl ich finde gerade nichts gutes mehr und wenn ich jetzt mal lange an einem ort bin vielleicht kommen dann eher ein paar shinies hast du eine ahnung was ein transfertutor ist äh ne noch nie gehört ich habe einen pc gefunden der ein transfertutor ist ah das ist ein attackenlehrer ah ok gegen geld wahrscheinlich ne gegen verschiedene sachen also jetzt warte nehmen wir mal das pukita der könnte himmelsfeger erlernen für zwei amethysten oder vier amethysten vier amethysten oder oder elektro feld für einen goldbarren boah das geht also das ist es wird hier mit dings bezahlt mit minecraft items ah cool ja ich glaube ich mach mal hier mhm dorthin falls es mal irgendwann relevant wird oder so aber der bleibt da nicht für immer oder das ist doch nur ein npc ich weiß nicht das werden wir beim nächsten mal sehen der despaunt mit sicherheit also beim nächsten mal werden wir dran denken wenn du mal deine spawns durchguckst was du so alles hast und dich fragst was ist das ein bummler aber ich habe genau ein pokémon deswegen ja wobei das macht ja eigentlich absolut keinen unterschied aber ich habe nichts um mich hochzubauen ja pokébälle also da sollte man schon besser vorbereitet sein für gerade wenn man so ein ultra beast findet wäre cool wenn man ein paar bälle dabei hat ja bälle habe ich ne ich habe keine blöcke um mich hochzubauen um mich da reinzubauen ah ok ja gut das ist auch unpraktisch bei minecraft spielen und keine blöcke dabei haben was denn das hast du eigentlich schon recht aber es ist schon wieder weg die sind so flüchtig die dinge die fliehen besser als ich in kämpfen ich habe mir jetzt mal ein paar erdgründen noch abgeschlagen ich habe mir jetzt mal ein paar erdgründen noch abgeschlagen dass wir schon ewig keinen scheinnis mehr hatten ja das ärgert mich auch ich meine wir haben jetzt in den ersten ersten zehn folgen haben wir vier scheinnis gefunden mittlerweile dürfen wir über 20 sein und ich glaube immer noch vier scheinnis wir sind über 20 und ja wir haben sogar dieses pokéradar das uns dabei helfen sollte und trotzdem nichts ich war effektiver ohne das radar ja meinst du das hängt nicht damit zusammen oder nein denke ich nicht nehmen wir es mal als blöder zufall hin und gucken weiter ich wollte jetzt eh ich hatte gerade die idee ich laufe einfach mal jetzt los in irgendeine himmelsrichtung und aktiviere wieder die chests und gehe ein bisschen auf chestsuche und ich denke ja wenn mir dabei kein shiny begegnet es ist von natur aus sehr aggressiv der hyperstrahl den es aus seinem maul verschießt er schaut seine gegner ein an dieser stelle ist ein kleiner fehler passiert eure eigentliche aufgabe ist es herauszufinden welcher das muss garados sein habe ich das falsch geschrieben ah das wäre ein anfang ah ich habe es falsch geschrieben wie hast du es wird lass mich raten es wird garados geschrieben so wird es geschrieben aber das ist aber die englische schreibweise dann ist es kein wunder so echt bingo dieser fehler ist uns zweimal unterlaufen einmal mit garados und einmal mit lavados das muss ich vielleicht nochmal checken scheiße erinnere mich später mal dran dass ich da nochmal drauf schaue das kann ich wieder selbst nicht merken wahrscheinlich das wäre doof wenn es den fehler öfter gibt wie soll ich dir das noch gegen den kopf werfen ich will doch nur wissen dass du bist dann lass es doch ich habe wieder ein mega weborn boss pokémon gefunden ich wollte jetzt noch herausfinden ob mein der 50er damit ankommt aber irgendwie kann ich den kampf nicht triggern ähm du kannst den kampf triggern indem du v drückst wenn dein pokémon draußen ist und du das pokémon anguckst das du angreifen willst und dann v drückst hatte ich probiert hat nicht funktioniert achso geht auch nicht okay den trick hattest du mir das letzte mal schon mal gezeigt deswegen habe ich es direkt ausprobiert ok das sollte so nicht sein huu ich weiß den namen nicht ich weiß den namen nicht aber es sieht so aus als würde ich es haben und dann war es das auch schon wieder mit der erde um die Du, bitte sei nicht gespawned, weil ich zu lange gebraucht habe. Nee, da bist du noch. Okay. Gut, dich will ich haben. Wer bist du? Wer bist du? Duraludon! What? Oh, ich bin an der Master Chess dran. Ah, hast du wieder mal die Kisten eingemacht, die schon bleibt? Ja. Sollte ich vielleicht auch nochmal überlegen. Ich gehe jetzt auf Kistensuche, in der Hoffnung, dass ich ein paar Shinies finde. Oder mindestens eins. Oh, das war eine, die hatte ich schon. Die muss ich abbauen. Ach, man kann die ja gar nicht abbauen, ne? Das ist so nervig. Duraludon wurde gefangen. Yay. Das klingt dann halt wie eine Saurier-Pokémon. Gegen diesen Don am Ende. Nee. Ja, also... Ich... Ich... Ich glaube, das ist... Ein... Drachen... Halb-Pokémon. Ach... Dieses abgekupferte Megalodon. Irgendwie für ein abgekupfert. Das sieht aus wie ein Hochhaus. Hochhaus? Ja. Oh, nee, dann meine ich ein anderes. Ich meine diesen halben Hai. Nee, das ist Toheido. Sharknado. Das ist ganz komisch, nochmal zurückzukommen auf das Quiz von eben mit deinem, äh, Garados. Äh, weil wir hatten ja schon jetzt diverse, äh, Quizzes. Wo dann auch zum Beispiel Tauburga und sowas kamen, die ja auf Englisch komplett anders heißen. Nein, nur zwei Einträge sind Englisch. Ihr seid Einfachredung. Also es kann sein, dass ich... Ach, ich glaub's aber eigentlich nicht, weil ich erst komplett die Liste eingedeutscht hab und dann erst die Pokémon-Kategorie, also die Pokémon-Einträge reingefügt hab. Deswegen dürften da eigentlich keine englischen Antworten mehr stehen. Aber ich muss es mir nochmal angucken. Vielleicht hab ich da echt ein paar vergessen. Dann muss ich das noch ändern und hoffen, dass das Server das mit übernimmt. Dann haben wir bestimmt schon einige andere Quizzes auch schon gelöst. Aber wir haben halt die deutsche Version reingeschrieben. Richtig. Hab ich mir auch gedacht, das kann gut sein. Nö, nicht ein einziges Mal. Deswegen waren manche auch so übertrieben schwierig. Da setz ich mich dann bei Zeiten mal ran und mach das. Da setz ich mich dann bei Zeiten mal ran und mach das. Ich wechsle jetzt immer hin und mach die Pokébälle kaputt, damit ich weitersuchen kann. Oh, perfekt ey. Ich wieder hab so ein Glück. Ich hab jetzt nämlich auch wieder doch die Kisten angemacht. Und direkt wird mir innerhalb von 70 Blöcken eine Master Chest angezeigt. Dann hast du dir einen guten Ort ausgesucht, um es wieder einzuschalten. Eine Fähigkeitskapsel. Oh, hier sind auch zwei Master Chests kürzes Meter auseinander. Und bei mir ist eine Machtkette drin. Oh, klingt gut. Aber ich weiß nicht, was es ist. Fokusgurt schon wieder. Ja, super. Und jetzt wird mir wieder die Master Chests die ganze Zeit angezeigt. Ja, dann mach's doch auch so und bau die ab. Ne. Äh, ich hab einen Pokéball gefunden. Der hat dem Radar wieder einen Impuls gegeben. Okay. Ein Premierball. Mentalkraut. Klingt trippig. Hmhm. Wenn es sehr schnell mit den Flügeln schlägt, setzt es hochgiftigen Flügelstaub frei. Ach, scheiße. Boing, Smetbo. Was, Smetbo? Was übrigens der deutsche Name ist. Ich hab... Ich hab mich von dem giftigen, äh, Staub ablenken lassen. Und bin deswegen nicht auf Smetbo gegangen, sondern auf Omot. Ich wollte eigentlich erst Poodocks schreiben, aber... alte Generation. Sagt mir nicht mal was. Poodocks? Mhm. Kenn ich nicht. Oh je, ne Master-Test. Könnte mir ja schon noch ein Meisterball schenken. Nö. einen Maulwurf-Pokémon. Die Kurz die Hoffnung, einen Shiny gehabt zu haben, aber ist leider nur ein Boss-Pokémon. Es wird echt mal wieder Zeit für Shinies, was denn los? Vor allem ist mit dem Boss geplättet, einen Superschutz zu bekommen. Hm, nicht schlecht. Hast ein Boss platt gemacht. Ja, das war Level 60. Ich bräuchte mal ein Pokémon Center, bitte. Ui, das ist eine tiefe Schlucht. Und... ... ... ... ... ... ... ...